Hallo Marlon und herzlich Willkommen bei Blau oder Schwad. Marlon, lieber 5 zu 4 oder 1 zu 0? Auf jeden Fall 5 zu 4, weil wir wollen immer Spektakel. Wenn du kein Offensiver geworden wärst, eher Torwart oder Verteidiger? Auf jeden Fall Torwart. Ich versuche mich auch ein bisschen in die Torwartgruppe einzubringen. Klappen mal mehr und mal weniger gut. Wenn du vor dem Kasten durch bist, lieber den Torwart umkurven oder lupfen? Auf jeden Fall lupfen. Sieht schöner aus. Was war das schönere Tor? Das 3 zu 0 in Unterhaching oder das 3 zu 2 gegen Köln? Ich würde eher sagen das 3 zu 2 gegen Köln, weil das war noch ein Stück wichtiger als das 3 zu 0 in Haching. Was hast du da gefühlt? Es war schon Emotion pur. Ich glaube, das hat man gesehen, dass da wirklich alle komplett ausgerastet sind. Auch die ganze Bank. Und ja, das war schon ein schöner Moment. Hinter dir hängen schon ein paar Exemplare. Was gefällt dir diese Saison besser? Das neue Heimtrikot oder das neue Auswärtstrikot? Auf jeden Fall schwarz, weil ich lieber schwarz trage als was anderes. Zum Entspannen im anstehenden Trainingslager. Lieber Buch oder Serie? Auf jeden Fall Serie. Blacklist auch auf jeden Fall. Weil Buch, ich würde lieber eine Serie als was zu lesen. Mit den Fans lieber Selfie oder Autogrammkarte? Das ist egal. Ich mache beides. Was am liebsten? Also wirklich, da kann ich mich nicht entscheiden. Alles klar. Wenn morgens der Wecker klingelt, lieber sofort aufstehen oder Snooze-Taste? Auf jeden Fall sofort aufstehen. Also sobald der Wecker klingelt, bin ich hellwach. Da ist der Hund hellwach und dann stehe ich sofort aus. Wenn du dich entscheiden könntest, lieber unsichtbar sein oder fliegen können? Fliegen auf jeden Fall. Also ich fliege nicht gerne mit dem Flugzeug, aber so würde ich schon gerne mal fliegen können. Und jetzt noch zu einem Klassikern, der in dem Format hier Lauf- oder Krafttraining? Echt schwere Frage. Spielform mit Ball. Weil die anderen beiden finde ich beide nicht so gut. Alles klar. Dann danke, Manon. Gerne. Damit kann man 일단 sehen. Vielen Dank.